Ich bin gerade so bemüht, hier alles ein bisschen sauberer wieder zu kriegen. Da kann ich nicht selbst jetzt hier mit Öl anfangen, mir die Gegend zu versauen. Ist ja echt alles tot hier auf einmal. Naja, die Bäume stehen immerhin noch. Aber hier gehen schon die ersten Bäume kaputt. Aber gut, das ist auch hier im Umkreis des Ölkraftwerks. Klemmerberg ist nicht so erfolgreich, muss man sagen. Plastikperfektion. Nicht genügend Rohstoffe. Ah, die bauen jetzt hier alle ab, weil ich ihnen jetzt das Öl wiedergekappt habe. Mineralölfirma. Uran ist ja... Ist ja auch nicht besser. Ich dachte, wenn die hier Erze abbauen, dann ist das ein bisschen Eisen. Eisen-Verarbeitung. Aber der soll doch kein Uran abbauen. Das ist ja... Zink. Zink ist okay. Das ist halt auch giftig, aber... So, die sind jetzt gegangen. Kupfer. Ja, Kupfer ist okay. So, das Minus ist schon bei 2,4. Ach Gott. Hier steht die ganze Industrie leer. Obwohl das eigentlich jetzt hier alles gut ist, ne? Also von der Ausbildung her ist das gerade im Moment okay. Jetzt verlangen sie auch wieder nach neuem Wohngebiet. Das ist schön. Ich habe ja hier zumindest die Straßen schon gebaut, so dass ich hier... eigentlich nur noch... ausweisen muss. Das kostet mich ja kein Geld. Hier ist doch alles gut, oder? Ja. Jetzt ist das Häuschen da hinten, das halt jetzt keinen Strom hat. Weil die nicht fähig sind, sich selbst zu versorgen. Ja, ich will hier auch keine riesen... Es ist so hässlich, wenn ich hier so riesen Masten hinsetze. Es verschandelt die ganze Gegend. Das gefällt mir nicht. Hm. Die Finanzen gehen nicht wieder hoch. Jetzt müssen wir überlegen, ob wir die Steuern nicht vielleicht doch wieder hochsetzen. Verlassenes Gebäude. Ich habe hier momentan ganz viel verlassene Gebäude, weil die alle sagen, nicht genügend Arbeiter. Ja, da sind die mittlerweile jetzt alle zugebildet, dass die Industrie jetzt... keine Mitarbeiter mehr kriegt, weil die sich alle zu gut fühlen für... Industrie. Oh. Kreuzfahrtschiff. Die gute MS-DOS. Upsa. Jetzt hat er das gar nicht... gar nicht gespeichert. Blop. Das Marineschiff. Warum haben die hier so einen Mangel an guten Arbeitern? Ich habe allgemein... einen Mangel an Arbeitern. Vielleicht habe ich jetzt doch zu viele Leute ausgebildet. Wenn die alle unausgebildete Fachkräfte brauchen und ich bilde alle aus, dann haben die keine Mitarbeiter mehr. das heißt, für meine aktuelle Industrie ist meine Bevölkerung zu intelligent. Verdammt! Wer macht denn sowas? Kackstadt leidet unter einer Intelligenzschwämme. Ja. So, aber... da verziehen wir jetzt hier langsam die Leute wieder ein und das... Minus-Problem dürfte... sich jetzt hoffentlich bald immer ausgleichen. Hier ist ein überqualifizierter Arbeiter drin. Das ist jetzt also auch noch das Problem. So, habe ich denn jetzt ein Wasserproblem? Da muss es ja hier irgendwo... Beschwerden geben. Da brennt was. Das hat nichts mit Wasser zu tun. Ich sehe hier keine Beschwerden. Hier... Hinten gibt es Stress mit dem Müll. Irgendwie... Irgendwie schaffen die es hier hinten nicht mehr gescheit den Müll abzutransportieren. Aber ansonsten... Der da hinten hat halt keinen Strom. Hm. Aber wir machen jetzt wieder Plus. Es ist nicht viel, aber es ist Plus. Dieser Drang auf die Bushaltestellen ist immer... langfristig brauche ich jetzt bald mal eine U-Bahn vielleicht. Ich weiß nicht, wie viele Busse hier fahren. Das ist ein tolles Denken, weil da kann man ja drauf glittern. Nein, mir geht das Geld nicht aus. Im Moment geht es gerade mal jetzt hier wieder nach oben. Dann machen wir wieder 1700 Plus. Ist das real? Ich erinnere mich an Zeiten, da war ich bei 2000 Plus in der Woche echt stolz. Also... Guter Entscheidung, Bürgermeister. Wer außer uns würde schon die höhere Serven unserer Stadt nutzen. Ah... Da hat mich mal wieder gelobt für das Öl. Also, wo kommt ihr denn alle her? Wo wollt ihr denn alle hin? Also... Diese verlassenen Gebäude ruinieren das gesamte Viertel. Ah... Irgendwie gibt es Stress mit den Wasserwerken. Hättet ihr mal eine Ahnung, wie viel Strom. Ja gut, das ist klar. Dann haben wir den Geldbeutel verloren. Ja, wir gehen gerade das Geld aus. Die neuen Stromzähler ermutigen. Das ist logisch. Wo sind die Müllwagen? Das klären wir auch gleich. Ja... Die haben wir auch noch übers Öl. Toller Urlaub. Die verlassenen Gebäude. Die haben wir am Schluss mit dem Leitungswasser. Die Reality Show hatten wir gerade. Die neuen Stromzähler ermutigen. Okay. Also einer hat mich gelobt dafür, dass ich hier Öl abbaue. Der Rest war dagegen. Deswegen gibt es jetzt hier... Stattdessen... Erzabbau. Es wird dann vielleicht ein bisschen positiver angenommen. Offensichtlich mögen die das mit dem Öl nicht. So... Die haben immer noch ein Arbeiterproblem. Uh, aber meine Finanzen sind gleich ausgeglichen. Es sterben die Leute. Aber die Durchschnittsgesundheit ist ganz gut im Moment. Die Friedhofsauslastung geht noch. Krematorienkapazität ist gut. Und... Feuergefahr ist relativ niedrig. Kriminalität... Niedrig. Bildung... Gerade ein bisschen zu gut geworden. Dann lassen wir das jetzt auch erstmal eine Weile so stehen. Wir werden jetzt auch bald mal wieder, wenn die Bevölkerung hochgeht, ein paar ungebildete... Leute hier... In der Stadt verteilen. Weil irgendwie brauche ich hier hinten für die... 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 Die Dummostrie. Dumme Menschen für die Industrie, wollte ich sagen. Oh... Oh... So... Das läuft ansonsten hier ganz gut. Der Kringel wird kleiner. Das wird dünner. Die sind halt irgendwie offensichtlich völlig nützlos. Irgendwie kriegen die... Irgendwie haben die hier keinen Wind. Hier unten in dem Tal. Was ungewöhnlich ist, weil es normalerweise einen Täler nimmer zieht. Aber gut, nicht so in diesen. So... Die Deponien... Ach se... Die haben wir alle... ...geleert. Vielleicht liegt auch daran, dass hier momentan keiner Müll abholt, weil die alle auf leeren standen. Die sind schon wieder voll. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die überschüssigen Müll verbrennen. Aber... Die kriegen es trotzdem immer wieder hin, hier diese... Wobei, ich muss immer sagen, ich habe hier... Ja gut, die anderen habe ich halt jetzt alle geleert. Das... Könnte ich natürlich sagen, dass er die zwei wieder leeren soll. Natürlich jetzt passieren, dass sich das wieder auf die anderen... ...vier jetzt wird umlagert. Meine Hoffnung ist ja, dass sie das hier immer noch... ...direkt hier rüber zur Verbrennung bringen. Die Verbrennung hat ja noch Kapazität. Schalalalalalalala... Die sterben auf der Arbeit, haben die nichts besseres zu tun. Hier paaren sich Frachtschiffe. Oh... Das sind Frachtschiffe Gangbang hier. Frachtschiffe Gangbang! Frachtschiffe Gangbang! Hier ist ein Friedhof voll. Das sieht süß aus hier. Gut. Die verlangen immer noch nach nichts. Ich kann... ...hier nichts machen, wenn die Nina irgendwas verlangen. So, hier oben ist jetzt ein bisschen... ...Erzindustrie. Die Gegend hier ist jetzt irgendwie... ...ziemlich hässlich. Aber das übt sich wieder. Gibt es irgendwie Bestimmung für saubere... ...ein Piran der... ...Stadt Viertal... ...tür estávaterne... So... Wo war das denn gewesen mit... ...Richtlinien... Ich hoffe, wir brauchen Wasser, wir brauchen ein bisschen Brauchmelder, brauchen wir Recycling bitteschön. Was es hier leider hat nicht gibt, ist irgendwie mal so eine Umweltverordnung. Haustierverbot im Industriegebiet finde ich immer wichtig. Kontrollierter Drogenkonsum. Die legale Konsum, ich verstehe, die legale Konsum, alles klar, geht ab und die kontrollierte Substanzen lockt noch mehr Touristen an, erfordert im Gebiet aber erhöhte Polizeipräsenz. Ja, finde ich eine super Sache, jetzt hier im Industriegebiet zu kiffen. Finde ich aber nicht so prickelnd, hat sich jemand schon mal Gedanken darüber gemacht, wie sehr der Bergbau, die Umwelt schädigen und unsere schöne Stadt verstanden wird. Ja, weniger als jetzt das Öl, Entschuldigung, aber so ein bisschen muss ich ja auch rumkommen. Ist der extra ganz da hinten. Oh, Alter, wie startet der denn? Scheiße, meine Piloten sind besoffen. Gott, was dreht der denn? Alter. Was braucht ihr am Passagiere, ey? Oh, die kotzen dem ja alles zu da hinten. Dann werden wir aufhören, hier in Kreisen nach oben zu steigen. Ja, jetzt hat er die Richtung gewechselt. Hört sich ein Drehbuch umgegen. Ach, du Scheiße. Ich glaube, das Einführen dieser Bedingungen hier kostet mich ein Vermögen. Ach, du Kacke. Also, bei aller Liebe, Entschuldigung. Äh, Geld sparen hin oder her. Der Industrie müssen wir es leider weiter abknöpfen. Boah, Alter. So, jetzt geht's wieder. Ach, Gott, ist das teuer. Wie dieser kleine Minipups-Stadtteil, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann mach ich lieber mal hier die Bestimmungen in den Oberharz. Ja, ich glaube, weder Stromverbrauch noch Wasserverbrauch. Noch Rauchmelder. Noch Recycling. Die brauchen das eher. Auch wenn ich das jetzt wieder Geld brauche. Alter. Das ist wie 79.000 auf einmal. Was sind denn das für Finanzschwankungen hier? Was ist denn da los? Ein Gebäude steht in Flammen. Ein Gebäude brennt gerade ab. Es ist die Müllverbrennungsanlage. Echt? Das ist ne... Ihr sollt den Müll verbrennen und nicht euch selbst, die Idioten. Ja, aber die Feuerwehr ist bereits da. Oh. Äh. Und löscht. Gut. Eieieieieiei. So. Jetzt verlangen sie auch langsam mal wieder ein bisschen nach Wohngebiet. Da können wir jetzt hier mal gucken. Also müssen wir ja... Woher denn die Wasserleitung haben wir gelegt? Jawohl. Je, Wasserleitung je. Wasserleitung je. Wasserleitung je. Das ist halt jetzt hierhin ein Windrad hinzustellen. Ist halt hübsch hässlich, gell? Das gefällt ihm jetzt... Ach, ach, nicht, ne? Ah, das reicht aber vom Umkreis her, um den mit Strom zu versorgen. Ne, das schließt bis dahin an. Der läuft ja im Moment noch nicht. Wenn wir ein Pech haben, läuft der gar nicht. Wieso läuft der nicht? Wenn wir hier keinen Wind haben. Ist das dein Ernst? Kann man eigentlich vorher irgendwie mal herausfinden, ob irgendwo Wind ist oder nicht? Hätte mir ja jetzt gerne hier... ...einen Privatstrom gegönnt. Weil jetzt hier keinen Wind gibt. Dann ist er da auch doof. Ja gut, dann musst du halt irgendwie deinen Strom... Ich will hier keine hässliche Leitung quer durch den Wald legen. Muss ich für diesen... ...Vogel hier aber jetzt machen. Dann heult er rum. Ich habe keine Lust auf Geheule. Das ist doch ganz schief. Ich bin hierher. So. Und hier noch einmal quer. So, der ist noch disconnected. Aber das wird vielleicht noch. Die da hinten haben immer noch ein Müllproblem.